wie da lange warum eigentlich ich bin dumm und schwirr davor 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 drehen wir einfach mal die Leute weg ich bin dumm und schwirr davor ich bin dumm und schwirr davor schlafen wir einfach mal ja ja das pisst mich doch schon wieder an zu sneaken ich bin dumm und schwirr davor ich bin dumm und ich bin dumm und du bist du ein wichsvieh sollten wir oder müssen wir ich bin dumm und schwirr davor sorry weißt du ich bin dumm und schwirr davor ich bin dumm und schwirr davor ich würde jetzt gern wissen ich bin dumm und schwirr davor und ich bin dumm und schwirr davor ich bin dumm und schwirr davor gesehen abschießen können. Was sind das für Fische? Ach, da musste ich hin. Wieso sagt mir das kein Schwein vorher? Ich bin wohl... Du bist selten dumm. Alter. Und ich habe schon gedacht, wo ich Dead Space passiert habe, das wird hier lustiger. Durch die Logo, los. Oh. Oh, ja. Ja. Und ich bin ganz schön kaputt gerade. 6-2-Hende. Ja. Wem sagst du das? Die Vögel sind jetzt startklau. Am grünes Licht für Phase 2. Verstanden. 6-2-Hende. Und bei allem hing Rourke über mir wie eine schwarze Wolke. Wir hatten eine Bohrinsel zerstört. Eine ganze Flotte weggelockt. Einen Zerstörer versenkt. Doch da war diese eine Frage. Wo ist Rourke? Hier. Vor uns. Er ist wirklich so gut wie ein Geist. Aber was war jetzt mit ihm? Da war etwas in dieser Fabrik. Und die für... Kurios. Ich wusste nicht, dass wir es sahen. Doch wir waren gerade dabei, herauszufinden, was es war. Kurios. Ja, das ist doch schon wieder geändert. Jetzt ohne Spaß. Wieso tut dieses hässliche Kackspiel andauernd die Portabilität ändern? Ich sehe es doch hier drüben. Deswegen habe ich einen zweiten Bildschirm stehen. Ich sehe andauernd, wenn er seine scheiß Portabilität ändert. Ja. So ein Rotze hier. Ich muss alle fünf Minuten die Portabilität ändern, wenn ich eine Mission abgeschlossen habe. Blablabla. Schnauze da draußen mit den Drecksautos. Ich muss mich konzentrieren. Wow. Jetzt habe ich eine Sekunde, ja. Ich bin schon willig. Was ist denn jetzt los? Moment, Henni hat gerade vibriert. Ich muss mal kurz was gucken. Mal hier eigentlich ungern, wenn ich aufnehme, aber ich muss. Äh, ja. Ich muss mal kurz schnell was schreiben. Aber wir haben Verständnis für, aber wenn das jetzt wieder Zeit kostet in der Aufnahme. Aber das später. Okay. Habe gerade getippt. Oh, die Laufhaber habe ich doch im Multiplayer. Au. Sehen euch zum Verpfung. Stopp. Feind. Das ist einer. Aber leise. Sag an. Na los. Kick. Dein Team übernimmt Randbereich und Sicherheit. Nichts und niemand kommt durch. Und raus kommt auch niemand. Alle anderen zum Eingangspunkt und dann in die schwarze Zone. Okay. Aber schön, dass wir eine Waffe mit Schalldämpfer hier bekommen in dem Spiel. Okay.